Hi Shins, da sind wir nicht in diesem Fall gekommen. Okay. Ja. Okay. So. Gut dann, äh, gucken wir mal was wir machen. Ich sag, wir gucken mal die Quests an, oder? Ja. Hupsala. Äh, du 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 du. Ist das so? Äh, du du du. Äh, du 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 du. Äh, du 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 du. Genau. Der Halsring. Äh, du. Der Halsring. Das mit dem Hund würde ich gerne auch mal hinkriegen, Mensch. So ein Hauen vom Griff, du hübsch 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 hübsch. Was sollen wir machen? Wieso, wir haben noch einiges zu machen. Ja, die hatten wir hinterher. Wir müssen noch rauskriegen, wer diese Waren von dem Lageranführer-Gestau hat. Warum hast du das eingestellt? Was? Dass alles angezeigt wird? Muss ich mit dem Steuerkreuz, glaub ich, irgendwie ausmachen. Aber irgendwie hab ich doch nicht alle Quests drin. Wir haben doch das noch mit dem... Das ist doch so, die Quests bei uns macht nichts. Was ist nur bei dir angezeigt und bei mir nicht? Kannst du schon mal bei dir in die Quests gehen? Ne, ne, ne. Ganz unten, glaub ich. Das da im Fuß vom Augen geschieht, das ist unglaublich, die tiefe Quests. Wir haben doch das mit dem Junge noch gehabt in dieser... in der Höhle, wo man den mittersuchen muss, das haben wir doch auch noch nicht geschafft. Aber du hast alle... ja. Wir gewinnen den auch nicht, ne? Wir machen das. Und dann kommen wir mal auf dem Fahner. Ich weiß, dass du hier bist, oder du weißt, was macht. Ich weiß, dass du hier bist, oder? Ich weiß, dass du hier bist, oder? Ja, du hörst du das, Farah? Du musst du das wegnehmen. Was ist passiert? Ich habe ihn geholfen, aber nichts kann ich geben. Das ist verrückt wie ein Kuckoo, das ist. Und zweit wie ein Kuckoo. Was hast du noch geholfen? Oh, was ist das? Aber, das ist die Frau auf den Kopf. Wow, was ist denn hier? Halt, du wollt jetzt nicht elf Minuten. Ah. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tja, ich weiß nicht, wie ich das rauskriege. Na, was rauskriegst? Das ist ein Zeiss. Es ist doch aus der Wasserstüttel. Nein, ist der jetzt der gleiche da. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Was will ich jetzt überhaupt machen? Das ist eine gute Frage. Ich würd gern nochmal in die Höhle und gucken, da hat sich doch das Kind vor uns versteckt. Den wir mal wieder suchen sollten. Was? Das zeigt doch alles ein. Ja, super. Hast du das hingekriegt, du? Was sind Optionen denn hier? Ich mein, das war eh nur wie ein Steuerkreuz, dachte ich. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich lauf jetzt mal durch die Höhle durch. Vielleicht finde ich den Jungen. Ja, der hat sich unsichtbar gemacht, glaub ich. Der kann also überall hocken. Ich finde schon mal super für diesen Wunden, finde ich. Easy, hey? Emi. Ja? Du musst doch da einladen. Du musst doch da einladen. Du musst doch da einladen. Jetzt ist es. Ich hoffe, dass du deine Höhle liebst, mein Freund. du musst doch da einladen. Ja. Sieht doch nicht lustig. Äh, hast du was gestohlen? Nein, ich hab einen fast geöffnet. Ja, da stand gerade, du hast was gestohlen. Genieren. 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 Also, ich versteh's. Schön was zu graben. Ich hab auch gerade eine Schaufel gefunden. Wer sollte vielleicht noch in diesen Verborgenen irgendwas, da wo die Schildkröten waren, da mal rumgucken. Ja, da wusste man das mit dem Graben ja auch noch gar nicht. Könnt auch noch was sein, oder? Ja. Weißt du, wo es ist? Findest du dahin? Also, ich finde das Kind nicht, ich weiß nicht, wo das sein soll. Oh, ist der Böse wieder da? Ich dachte, den haben wir doch schon besiegt. Mhm. Ist das einer, der mich angreift? Weiß ich nicht. Achso, ne, mit dem haben wir ja dann nochmal geredet und haben nicht gekämpft. Okay, dann geh ich jetzt dahin, wo die Schildkröten waren, oder? Ich glaube, ich weiß, wie das ist. Ich lauf doch Richtung Schildkröten. Ja. Du bist doch noch geil aus der Stadt Hause. Ich bin vom Strand. Ja, aber falsch ist es dran, oder? Ja. Ähm. Ah. Der Tod war irgendwie gerade weg. Das ist komisch. Ja. 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 Bin ich sofort noch in die Nacht weg. tera. Und dann keine Weltk wigw bağ zu dir gegeben. D Oppoku, we sugar. Warte mal. Ähm, ich streiche mal. Weil eigentlich bin ich dann da drüber bestimmt tot, weil ich da nicht hin darf. Ich kann dich dann auch rüber teleportieren in der andere Stadt. Wenn du zum mir kommst. Ja, wo bist du jetzt dann? Draußen? Guckt auf die Karte, das würd ich ja wohl jetzt schaffen. Ah ne, da gehts glaub ich nicht weiter. Oh ja, hier darf ich mich nicht entdecken lassen, sag ich grad. Aber hier gehts aber gar nicht weiter. Wir müssen mich da hoch teleportieren, aber ich selber kann ja nicht teleportieren. Ich bräuchte jetzt in Ifan hier. Das bringt mir ja gar nix jetzt hier. Nicht erreichbar. Ja, ich komm da nicht hoch. Schade. Ich kann ihn nicht teleportieren. Ich kann nur andere Leute teleportieren, das ist das Doofe. Und sie kann ich nicht so weit. Schade. Schade. Ja. Ach so, hier ist schon mal nichts zum Graben. Hm? Hier ist schon mal nichts zum Graben hab ich g'sagt. ich bin wirklich aus der stadt wieso kommt denn die jetzt läuft die immer noch in der stadt oder was du doch ich bin draußen schon lang ich bin draußen unterwegs das problem ist gerade dass meine leute sich nicht mehr nachher rennen die die leute Oh, da ist ein Loch. Soll ich da jetzt echt allein rein oder wirst du mitkommen? Ich würd schon mitkommen. Bist du jetzt aus der Stadt hause? Ah, jetzt musst du nach rechts abbiegen. Jetzt bist du vorbei. Warum bist du denn nach rechts abgebogen? Jetzt. Ja, da rein. Noch ein Stück weiter. Dreh doch mal deine Kamera, dann siehst du auch. Da rein. Jetzt rechts. Kannst du zu mir kommen? Ja, muss kurz warten. Geht nicht so schnell. Dann muss ich noch aufladen. Dann muss ich ja infallen, halt hier warten. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Okay. Ach, wir sind runtergefallen. Wir hätten vielleicht vorher speichern sollen. Jetzt kommen wir gar nicht mehr hoch. Wir haben einen guten Grund für barge in deine private room, buddy. Oh, du musst dich verrückt. Geht auf eine Art und Weise, du bist in der Freude zwischen den Rabbel. Geht auf eine Art und Weise, du bist in die hollen Marse. Ich nehme eine schön, quiete Selle any day of the week. Und zweifel, du siehst. Okay. Gut. 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 Vielen Dank.